Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie man mithilfe der Software GeoGebra, Sinus, Cosinus und Tangens am Einheitskreis konstruiert und dazu sogar die Funktionsgrafen der drei Funktionen sichtbar macht. Zuerst brauche ich logischerweise einen Einheitskreis. Da ist deswegen Einheitskreis, weil der Radius eben genau 1 ist. Also wähle ich den Befehl Kreis mit Mittelpunkt und Radius aus. Es bietet sich natürlich an, den Kreis auch genau um den Koordinatenursprung zu legen. Aber, da ich dort schon die Funktionsgrafen beginnen lassen möchte, würde sich die Darstellungen ein bisschen unschön überlappen. Also gehe ich einfach mal zwei Längeneinheiten nach links und wähle als Mittelpunkt den Punkt Minus 2, 0. So, und Radius 1. Dann kann ich das Ganze ein Stück vergrößern. Die Bezeichnung des Kreises mit C brauche ich auch nicht zu sehen, daher schalte ich einfach mal die Beschriftung aus. Weiterhin wird der Mittelpunkt eines Kreises meist mit M bezeichnet. Und das mache ich dann nochmal. Rechte Maustaste, umbenennen, auswählen und statt des automatisch erzeugten A soll der Punkt nun M heißen. So. Jetzt brauche ich noch einen weiteren Punkt auf der Kreislinie. Das geht hier. Punkt auf Objekt. Den Punkt nenne ich dann mal ganz originell P. Wenn ich nun den Punkt bewegen will, so sieht man, dass er dabei immer auf der Kreislinie bleiben muss. Gut. Noch schöner ist die Möglichkeit, eine Animation zu starten. Das geht hier mit diesem kleinen Symbol. Wenn ich das anklicke, läuft P automatisch auf der Kreislinie entlang. Auch den zugehörigen Radius zwischen M und P möchte ich gerne sehen. Also eine Strecke von M nach P. Okay, GeoGebra nennt sie automatisch F, aber ich möchte sie gerne mit R für den Radius bezeichnet haben. Als nächstes brauche ich eine Linie, die vom Punkt P senkrecht nach unten verläuft. Dazu gehe ich auf den Befehl Senkrechte. GeoGebra zeigt mir nun unten links genau an, was ich dann auswählen muss. Erst den Punkt, das ist hier P, und dann die dazu senkrechte Linie. Das ist hier die X-Achse. Jetzt brauche ich den Schnittpunkt dieser Senkrechten und der X-Achse gehe also auf Schneide und wähle die beiden Objekte X-Achse und die gerade erzeugte senkrechte Linie aus. GeoGebra, an dem Punkt schon wieder mal A. Das ist jetzt für mich in Ordnung. Eigentlich brauche ich auch nur die Strecke von P nach A, daher mache ich die gerade wieder unsichtbar, indem ich das Häkchen bei der Sichtbarkeit lösche. Stattdessen erzeuge ich die anzuzeigende Strecke P A. Diese Strecke wird nun automatisch G genannt. Ne, das gefällt mir auch nicht. Ich benenne sie um in S. Das hat einen guten Grund. Ich kann nämlich zeigen, dass die Länge von S der Sinus des Winkels Alpha ist. Ups, ja, der Winkel ist auch noch gar nicht eingezeichnet. Das hole ich mal schnell nach. Ich brauche dazu einen Punkt auf der X-Achse, zum Beispiel den Koordinatenursprung O. Also definiere ich den mal schnell O gleich 0,0. Dann kann ich den Winkel Alpha hier über das Symbol oben erzeugen, aber auch noch schneller direkt als Befehl eingeben. Ich möchte gerne einen Winkel erzeugen. Der Punkt auf dem ersten Schenkel ist O, der Scheitelpunkt ist M und der andere Schenkelpunkt ist P. Zack, Alpha ist auch sofort da, allerdings noch nicht so schön editiert. Okay, das ändere ich einfach mal. Anklicken mit der rechten Maustaste. Einstellung. Bei der Anzeige ist Name und Wert voreingestellt, aber mir reicht hier heute mal der Name. Und die Darstellungsgröße vergrößere ich auch noch ein bisschen. So, nun sieht das Ganze schöner aus. Dass S tatsächlich in der Länge dem Sinus von Alpha entspricht, lässt sich mathematisch recht einfach zeigen. Der Sinuswert ist ja definiert als Quotient gegen Kathete durch Hypotenuse in rechtwinkligen Dreiecken, also hier im Dreieck M, A, P. Die Hypotenuse ist hier R. Die Kathete gegenüber vom Winkel Alpha ist S. Also ist der Sinus von Alpha gleich S durch R. Und jetzt zeigt es sich aus, dass wir einen Einheitskreis haben. R ist ja 1. Also Sinus von Alpha gleich S durch 1 gleich S. Und das finde ich schön, denn nun ist der Ausgabewert der Sinusfunktion nicht so ein abstraktes Verhältnis von zwei Seiten Längen, sondern ganz konkret als die Länge einer Seite, nämlich der Seite S, erkennbar. Bringen wir noch was Farbe ins Spiel. Es ist wichtig, also rein ins Farbmenü und rot auswählen. Mit fast der genau gleichen Argumentation kann ich auch zeigen, dass die Länge der Strecke M, A dem Kosinuswert zum Winkel Alpha entspricht. Das Durchdenken im Detail überlasse ich aber dieses Mal euch. Ich ziehe stattdessen die Strecke von M nach A und benenne sie passend dazu mit C um. C für Kosinus von Alpha. Auch C ist wichtig, wird also auch bunt. Oh, sagen wir blau. Ein Vorteil des Einheitskreises gegenüber der Dreiecksituation ist nun, dass der Winkel Alpha auch größer als 90 Grad werden kann. Jetzt zeige ich das einfach mal und lasse p ein Stück weiter auf der Kreislinie herumlaufen. Was ist das für eine Linie? Okay, die gehört hier nicht hin. Entschuldigung. Schnell löschen und noch ein Versuch. So, jetzt funktioniert es. Und man sieht schön, wie sich beim Anwachsen des Winkels die Werte S und C immer schön zwischen minus 1 und plus 1 bewegen. Bitte erinnert euch übrigens, dass der Mittelpunkt bei minus 2 0 ist. Für S ist das jetzt egal. Es läuft nur wirklich von plus 1 über 0 zu minus 1 zurück. Aber der Endpunkt von C bewegt sich zwischen minus 1 und minus 3. Das heißt, bei Berücksichtigung der Verschiebung nimmt C auch Werte zwischen minus 1 und 1 ein. Das war schon mal gut. Jetzt will ich auch noch den Tangent sehen. Dafür brauche ich ein anderes Dreieck und dazu eine Tangente, die hier bei x gleich minus 1 senkrecht verläuft. Der Berührpunkt ist also minus 1 0. Georgi Brannentin ist B. Na, von mir aus soll es recht sein. Ich zeichne nun eine Parallele zur y-Achse durch B. Ich verschiebe das Bild mal, sodass die y-Achse sichtbar wird. Dann gehe ich hier auf Parallele, wähle einen Punkt, das ist B und eine Parallele Gerade, das ist die y-Achse und schon habe ich meine gewünschte Gerade. Der wesentliche Punkt zur Festlegung des Dreiecks für den Tangents von Alpha liegt auf dieser Tangenten. Genauer gesagt ist ja der Schnittpunkt dieser Tangente mit der Geraden durch m und p. Die Gerade habe ich noch nicht gezeichnet, muss ich also erst noch machen. Da ist der Befehl Gerade durch m und durch p. Den Schnittpunkt bekomme ich wieder mit dem Befehl Schneide und der Auswahl der beiden Objekte, die sich schneiden sollen. Georgi Brann nennt diesen Punkt C. Na, ist recht. Die Strecke BC entspricht dann in der Länge dem Tangens des Winkels Alpha. Okay, die automatische Bezeichnung I, nee, nee, das gefällt mir nicht, das ist nun T. Blau ist ja auch schon die Strecke C, also finde ich hier eine neue Farbe, sagen wir mal grün. Okay, warum ist T der Tangens? Tangens Alpha ist ja definiert als der Quotient aus Gegenkathete durch Ankathete. Statt des Dreiecks MAP betrachten wir aber nun das Dreieck MBC. Da ist nämlich die Strecke T enthalten. Zudem ist T die Gegenkathete. Und die Ankathete ist nicht die Strecke C, denn die geht ja nur vom Mittelpunkt bis zum Punkt A, sondern die Strecke von M bis B. Und das ist wieder der Kreisradius 1. Damit ist Tangens von Alpha gleich T durch 1, sprich T. Und damit kann ich auch nun direkt den Tangens als Streckenlänge visualisieren. Ich lasse dazu mal P ein bisschen laufen. Ja. Jetzt sehen wir nicht nur Sinus und Cosinus sich verändern, sondern auch die Länge der Tangensstrecke auf der Tangente. So, dann halten wir das mal wieder an und konstruieren weiter. Die Gerade ist hier noch mit H beschriftet, brauche ich nicht, also schalte ich die Beschriftung ab. Das habe ich versprochen, wir werden die Funktionsgrafen sichtbar machen. Und das mache ich dann jetzt auch mal. Verkleine ich dazu das Bild mal ein bisschen und verschiebe es ein Stück so. Funktionsgrafen sind ja Linien aus lauter Punkten, bei denen die x-Koordinate der Eingabewerte in eine Funktion und die y-Koordinate der zugehörige Ausgangswert ist. In diesem Fall bei der Sinusfunktion ist der Eingangswert bzw. die x-Koordinate der Winkel Alpha und der Ausgangswert bzw. die y-Koordinate die Länge der Strecke s. Das Wissen nutze ich aus und definiere einen neuen Punkt. Die x-Koordinate ist der Winkel Alpha, also Winkel O, M, P und die y-Koordinate ist gleich groß wie die y-Koordinate vom Punkt P. Daher muss ich hier nur y von P eintragen. Oh, jetzt zeichnet die App sofort den neuen Punkt ein und bezeichnet ihn mit D. Okay, das will ich nicht, der soll großes S heißen. So, das ist ja schließlich der Punkt, der den Graphen der Sinusfunktion abfährt. Kann ich auch schön sichtbar machen. Wenn ich jetzt die Animation starte, sprich P auf der Kreislinie laufen lasse, dann läuft es entlang des Funktionsgrafen von Sinus von Alpha. Oh, ja, okay, jetzt ist er erstmal aus dem rechten Bildrand verschwunden. Muss ich also noch alles ein bisschen kleiner machen. Die x-Werte laufen ja bis zum Vollwinkel 2P im Bogenmaß, also ungefähr 6,3. So müsste jetzt alles zu sehen sein. Nun lasse ich die Animation wieder laufen und sehe, die x-Koordinate ist immer der Winkel im Bogenmaß und der Punkt in y-Richtung immer auf der gleichen Höhe wie P. Gut. Dann färbe ich auch mal den Punkt passend zur Strecke, klein s in rot. Und jetzt kommt ein netter Trick. Ich klicke den Punkt mit der rechten Maustaste an und aktiviere das Häkchen bei Spuranzeigen. Und dann lässt die App auch die alten Orte des Punktes sichtbar. Und wenn ich jetzt die Animation starte, dann erzeugen die Orte von s insgesamt sehr schön den Funktionsgrafen der Sinus-Funktion. Wir können es aber auch noch deutlicher machen, dass s und p immer auf der gleichen Höhe sind. Ja, okay, ich habe es so definiert, aber ich kann es auch nochmal zeigen. Wir zeichnen einfach eine Strecke von p nach s. Das ist jetzt insgesamt nicht so wichtig, daher stelle ich es mal nur in grau da und gestrichelt. Der Name von dem Ding ist auch wurscht. Ich entferne die automatische Beschriftung. Und jetzt starte ich nochmal die Animation. Und man kann sehen, s und auf dem Funktionsgrafen und p auf der Kreislinie sind die ganze Zeit auf der gleichen Höhe. Für den Graphen der Cosinus-Funktion kann ich fast die gleiche Konstruktion erzeugen. Die x-Koordinate ist ja hier wieder der Winkel. Also definiere ich noch einen Punkt mit der x-Koordinate gleich dem Winkel O, M, P. Und die y-Koordinate ist jetzt gleich der x-Koordinate von Punkt P. Stopp, 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 aufpassen. Der Einheitskreis ist ja um zwei Einheiten nach links versetzt, daher ist die x-Koordinate auch um den Wert 2 zu klein. Das war schnell korrigiert. Einfach noch plus 2 ergänzen. Fertig. Okay, Georgi berät den Punkt statt mit 10 und mit D bezeichnet. Warum? Ah, c ist da oben schon der Name für den Schnittpunkt. Okay, mal schauen, was das Programm macht, wenn ich den Punkt D jetzt trotzdem in c umbenennen will. Oh, klappt. Der Punkt heißt c und der ehemalige Punkt c heißt nun c1. Das ist prima. Den Cosinus habe ich mit einer blauen Strecke gekennzeichnet, also färbe ich den Punkt dazu auch blau und schalte auch für c die Spur ein. So, und jetzt lasse ich die Animation wieder laufen und c läuft entlang des Graphen der Cosinus-Funktion und erzeugt auch diesen mit seiner Spur. Ja. Jetzt fehlt nur noch der Graph der Tangents-Funktion. Oh, jetzt haben wir aber schon Routine in der Erzeugung. Wir definieren wieder einen neuen Punkt. x-Koordinate ist wieder der Winkel O, M, P und die y-Koordinate ist gleich der y-Koordinate von dem Schnittpunkt da. Wie heißt der jetzt? Achso, ja, richtig. Ähm, c1. Okay. Den neuen Punktweg Yogi Bra nun schon wieder dehnen. Okay. Nein, nicht okay. Das ist ja der Punkt, der den Graphen der Tangents-Funktion erzeugt. Also soll der bitte t heißen. Die Strecke zum Tangents ist grün, also auch der Punkt grün. Ich schalte wieder die Spur ein und wir sind startklar. Animation wieder starten. Und nun entsteht auch der Graph der Tangents-Funktion in grün. Okay. Teilweise ist das nur in Form von Einzelpunkten angedeutet, weil die so weit auseinander liegen, dass sie keine zusammenhängende Linie mehr ergeben. Zeigt auch schön, dass ein Funktionsgraph eine Linie aus einzelnen Punkten ist. Und wie die Linie jetzt komplett aussieht, das kann sich, glaube ich, jeder leicht vorstellen. Eine Kleinigkeit nervt mich aber noch. Die Gerade durch M und P, die verdauen durch das Bild. Eigentlich will ich ja nur die Strecke zwischen P und C1 sehen. Also schalte ich die Gerade einfach mal auf unsichtbar, Häkchen bei Objektanzeigen weg und definiere stattdessen eine neue Strecke von P nach C1. Äh, aber bitte nicht Gestriche durchgezogen. Och, und jetzt sieht das Gesamtkonstrukt hoffentlich noch etwas eleganter aus. Ja. Ein kleines Bonbon habe ich noch. Man kann die Kursinusstrecke hier ja nicht so schön direkt auf den Graphen übertragen wie beim Sinus und Tangents. Oh, ähm, da sehe ich auch die gleiche Höhe von C1 und T kann ich ebenfalls noch durch eine kleine graue Strecke visualisieren. Och, ich will jetzt nicht die Animation schon wieder laufen lassen. Ich bewege jetzt einfach mal den Punkt P auf dem Kreisbogen von Hand. Und es ist schön erkennbar, dass C1 und T immer auf der gleichen Höhe sind. Das geht aber für die Strecke C eben nicht, weil C horizontal ausgerichtet ist und nicht vertikal wie S und T. Jetzt kann ich aber Folgendes machen. Ich kann so tun, als wäre mein Koordinatensystem nach unten ausgerichtet. Sprich, die x-Achse geht nach unten und die y-Achse wird jetzt zu der horizontalen Achse. Ich definiere einen neuen Punkt, den letzten versprochen. Aber auch den schwierigsten, weil x und y vertauscht sind. Die x-Koordinate ist dann der Outputwert und damit gleich der x-Koordinate von P. Und die y-Koordinate ist der Inputwert, sprich der Winkel O, M, P. Das habe ich immer noch nicht alles richtig, denn die y-Achse geht nach oben weg. Ich will den Graphen aber nach unten gerichtet zeichnen. Also ist die y-Koordinate nicht gleich dem Winkel, sondern gleich Minus von dem Winkel. Und schon wieder erhalte ich einen Punkt D. Na, der soll jetzt aber C2 heißen. Mit einer gestricheten Linie zeige ich dann noch, dass er immer auf der gleichen x-Koordinate wie P liegt. C2 färbe ich auch passend zum Kosinus Blau. Dann aktiviere ich wieder das Anzeigen der Spur und dann sehen wir auch, wie man die Länge der Strecke C direkt übertragen kann und damit den Graphen der Kosinus-Funktion erzeugt, wenn zum guten Abschluss jetzt ein letztes Mal die Animation läuft. Und das ist es. Viel Spaß mit der eigenen Konstruktion. Tschüss, bis zum nächsten Mal.